Herzlich Willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Lehrende und Social Media. In den nächsten Minuten werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie LehrerInnen im privaten und schulischen Umfeld mit Social Media Plattformen wie beispielsweise Facebook umgehen können. Wir werden uns verschiedene Richtlinien ansehen, die für den Gebrauch dieser Plattformen empfohlen werden und im Speziellen auf die Facebook Privatsphäre Einstellungen eingehen. Laut der Initiative Jugend Internet Monitor nutzen 94% aller Jugendlichen regelmäßig WhatsApp, vor allem zum Versenden von Nachrichten und Fotos. 87% der 11- bis 17-Jährigen verwenden YouTube. Facebook ist das soziale Netzwerk Nummer 1 und wird von 69% der befragten Jugendlichen verwendet. Beim Einsatz von Social Media in der Schule scheiden sich die Geister. Ein Großteil der PädagogInnen ist zwar davon überzeugt, dass der verantwortungsvolle Umgang mit dem Web 2.0 in der Schule trainiert und reflektiert werden muss. Netzwerke wie Facebook oder YouTube werden aber dennoch im Unterricht und in der Vernetzung mit SchülerInnen sehr zögerlich eingesetzt. Irene Tatzgern, Direktorin einer niederösterreichischen Polytechnischen Schule, ist beispielsweise mit vielen ihrer SchülerInnen auf Facebook befreundet. In einem Interview mit dem Standard meint sie, wenn ich außerhalb der Schulzeit meinen Schülern und SchülerInnen etwas mitteilen möchte oder sie mir, geschieht dies im Normalfall über Facebook. Eine Berliner Lehrerin berichtet in der Zeit, dass Facebook und WhatsApp ihre Kommunikation mit den Lernenden enorm unterstützen. Die Netzwerke wirken sich positiv auf die Verbindlichkeiten der SchülerInnen, zum Beispiel in Bezug auf Hausaufgaben, aus. Das Vertrauen zwischen ihr und den SchülerInnen sei gestärkt und es gebe mehr Flexibilität auf beiden Seiten. Laut dem Schweizer Lehrer und Dozenten Philipp Wampfler sind Social Media fixer Bestandteil modernen Unterrichts und wirken sich positiv auf informelle Lernprozesse und den Aufbau von PLNs, persönlichen Lernnetzwerken, aus. Er gibt nicht nur in seinem Blog zahlreiche Tipps zum didaktischen Einsatz von Social Media im Unterricht, sondern äußert sich auch in wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder positiv zur Verwendung von Facebook und Co. in der Schule, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. In Anlehnung an die Social Media Richtlinien, die der ORF für seine MitarbeiterInnen aufgestellt hat, empfiehlt Wampfler folgende Guidelines für Lehrpersonen. Die Grundregel lautet, tue nichts Dummes. Alle weiteren Regeln sollen vor allem dafür Bewusstsein schaffen, dass man immer als Lehrperson wahrgenommen wird und das Internet nichts vergisst, seien es peinliche Bilder, unhöfliche Kommentare oder Verstoß gegen das Urheberrecht. Andere Leitfäden zum Umgang mit Social Media empfehlen das Anlegen unterschiedlicher Profile, öffentlichen und privaten. Auch das Pflegen von Freundschaften mit SchülerInnen über Gruppen mit eingeschränkten Rechten wird Lehrenden manchmal nahegelegt. Für welchen Umgang man sich auch entscheide, gelte laut Barbara Buchecker von Safe for Internet vor allem eine Regel. Wenn man die Schüler als Freunde akzeptiert, müsse man alle Schüler akzeptieren. Und wenn man Schüler nicht als Freunde haben möchte, so müsse man erklären, warum nicht. Generell für alle Social Media Plattformen, insbesondere aber für Facebook, empfiehlt es sich, die Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. In diesem Handout von Safe for Internet.at sind die wichtigsten Einstellungen, die zu treffen sind, genau beschrieben. Auch das Anlegen und der Umgang mit Gruppen auf Facebook sind genau erklärt. Leider ändern sich die Einstellungen auf Facebook oft. Im Facebook-Hilfe-Bereich sollte aber immer genau angeführt sein, wo welche Einstellungen zu treffen sind. Die Plattform Safe for Internet bietet für alle gängigen Social Media Plattformen wie YouTube, WhatsApp oder Instagram Leitfäden an, die sich sowohl für den eigenen Gebrauch als auch für den Einsatz im Unterricht eignen. Dem sicheren Umgang mit Social Media im privaten und schulischen Umfeld sollte also nichts mehr im Wege stehen, welche Variante auch immer Sie nutzen werden. Sie kennen nun einige Herangehensweisen im privaten und schulischen Umgang mit Social Media Plattformen wie Facebook. Sie wissen, welche Richtlinien Sie beim Gebrauch der Plattformen beachten sollten und worauf Sie bei den Privatsphäre-Einstellungen achten müssen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.